So, guten Tag meine lieben Freunde zu sein in der neuen Folge Wieningito Drive. Heute mal auf der etwas spezielleren Map Standard mit ein paar mehr Futures. Ich hoffe sie gefällt euch, ich habe sie schon mal gezeigt in der neunten Folge. Wo ich welche Scheiße gebaut habe. Heute wird es genauso verlaufen und nur diese echt schnellen Auto und nicht mit dem scheiß Lamborghini, die haben verwetzt. Weil der blüfte wie so eine schnelle Banane finde ich. Also viel zu schnell. Und es gibt einfach so viele neue Sachen auf dieser Map hier. Es ist einfach so geil. Und ja, ich habe nicht den Laufhof vor. Wenn ihr wollt, dass wir mal, oder dass ich mal Next Car Game, also Wreckfest spiele. Mal ein Kommentarchen da lassen, dass ich das soll. Natürlich kann ich davon nur die Demo spielen. Gerade erstmal, weil es noch der Bühne ist. Und ich gerade mal nicht so viel Geld übrig habe. Und ja, das Premium kostet ja irgendwie 1000 Euro. Das finde ich voll heftig, dass das Spiel 1000 Euro irgendwie kostet. Ich weiß nicht, wie es so ist. Und insofern, ja. Lass doch mal einen Kommentar da, wenn ich das spielen kann. Ne, ich gehe mal nach da hinten. Das sieht eigentlich ganz knörker aus. Also, wenn ich da mal hinkomme und sollte, ohne mal zu fahren gleich. Jetzt kann ich wieder nicht mehr fahren. Ich nehme einfach mal ein anderes Auto. Mal gucken, ob ich jetzt den... Ob ein Mustang Elena nehmen kann. Ja, ich kann den nehmen wieder mal. Ah, das Ding ist schön. Schön schwerfreund, den Ding. Richtig schön schwer. Oh. Das ist ja... Oh, was ist denn hier los? Wie viele Häuser. Nice. Sieht richtig geil aus. Ja. Jetzt sind doch die Häuser währenddessen mal. Das hat die Höchstgeschwindigkeit von dem Teil hier. Ich glaube, der Sound ist ein bisschen zu laut. Okay, so ist es gut, oder? Also... Ja gut, okay. Letztes Mal war auch nicht zu laut, habe ich. Was ist hier los? Ah, hier sind Fehler. Alter. Wieso ist das für eine Standartextrunde ein Fehler? Verstehe ich nicht wirklich. Das verstehe ich echt nicht. Kommt, dass die da hinten drauf fahren und was das ist? So, mal hier drauf fahren. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier drauf fahre. Wenn es etwas Besonderes gibt. Nein. Haha. Ich bin jetzt mal voll dagegen gefahren. So. So reicht es. So. So, vorsichtig hier drauf. Mal gucken. Warte, will ich hier mal sehen? Nein. Also das ist schon mal der. Klar. So. Warten wir mal auf das Ding hier drauf. Das sieht auch sehr interessant aus. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Die Grauen. So, wollen wir hier das schnellere Auto nehmen, die Ford GT 2005. Und jetzt mit Full Speed hier auf diese Rampe rauf. Knallen. Donner. Das ist doch mal. So natürlich nicht, ne? Und juhu. Loser. Oh, ich will diese Arena rein. Aparrieren wieder. Ich will diese super Knörker-Arena rein. Wollen wir hier rein? Okay. Okay. Dann... Der Controller bei uns ist auch gut. Anfällig ist etwas kontrollierter fahren als sonst. Ganzes schöne Umguck. Alter! Ah, wie geil! Ah, ha, 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 ha! Oh Gott! Ah, sogar Vögel fliegen hier rum. Oh, das war Musik. Ich bin mir jetzt nicht hier gerade. Habt ihr den dürf ich gesehen, Leute? Oh, der war Bomber. Der war Bomber. He, ha, 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 ha! Wie mein Auge ist jetzt mal aus. Sieht ja, wie geil das ist! Wer ist das denn hier? Hat eine Brücke, die man zu Ende führen muss oder wie? Jetzt habe ich einen halbfertigen Mattentumgel oder was? Au, au, au. Okay. Ich weiß gar nicht, wie man die Büste sattet. Das ist kein Problem. Ok, und hier müssen wir doch eher drücken, wenn man also stampelt und noch mal kein Ranzoom, was ich richtig geil finde in dem Auto hier, fahren wir mal so ein bisschen rum, das ist auch lustig. Alter, wie die Stoßfeder hier aber anschlackt werden, ich vergesse den neuen Fasten in dem 2. Teil, der war richtig geil, also der hat richtig Fun gemacht, den Film, der sieht so geil aus. Ich fand es zwar ein bisschen zu actionlastig auf jeden Fall, also ich will es nicht spoilern für alle Leute, die es noch sehen, aber ich finde es wirklich sehr actionlastig und nicht mehr so mit Rennen. Geiler Auto ist auf jeden Fall und wenn ich reingehen will, ist echt eine Empfehlung für den letzten Teil, ich will jetzt mal ein paar Walker sehen auf jeden Fall in einem Film. Ist lustig, also nicht lustig ihn zu sehen, sondern es ist geil der Film und die Empfehlung ist es wert, also guckt ihn euch an, weil die lieben mögen, die sowas mögen halt eben generell. Und dann kann man sehen wie die Stoßfeder einfach anschlackt werden, oh Alter, Alter Schweder, was war das denn? Oh mein Gott, Alter. Oh, was ist hier passiert? Oh, hier ist so ein neue Raptor gekommen. Oh, au, ach du Scheiße. Wie geil, ich bin wieder zurückgefahren. Lustig, wie lol. Schatz. Super, ich bin wieder zurückgefahren. Jetzt sehen Sie, wie ich jetzt hier auf der Sache hinweg habe. Vollspeed! Au! 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 Autsch! Alter Schwede! Wtf! So, mal gucken was dahinter noch so ist. Vielleicht kann ich auf der anderen Seite fahren Falk hat nur einen Controller mit dem Xbox 360 Controller. Und... Eigentlich echt lustig. Oh! Nein, nein, nein! Böses Auto! Böses Auto! Böses Auto! Es würde eine Handbremse hier geben, das wäre voll geil. Au! Was ist denn das? Wieso ist das denn so hart? Das ist echt nicht lustig. Oh Gott, da kommt gleich ein Haus im Sussgefühl. Wird also ungefähr... Autsch! Yay! Kann man Donuts fahren eigentlich? Lecker! Nein! Kann man! Nicht gut! Wir holen mal den Shelby her! Der ist ja ganz geil! Ich weiß gar nicht, ich höre eigentlich die Musik im Hintergrund, die ich die ganze Zeit laufen habe. Würde mich interessieren, ob ihr die Musik hört, die ich im Hintergrund laufen habe. Der kann Donuts machen. Ja auch nicht. Okay. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Musik gehört. Wenn nicht, dann kann es eigentlich auch weglassen. Und wenn man das ist, dann kann ich das mal machen. Juhu! Alter! Der Reifen wurde ja richtig reingedrückt in das Auto! Alter Schwede! So, wollen wir mal gucken, wie wir einigermaßen glimpflich rumkommen ohne kaputt zu gehen, das ist schon der erste Fehler, alles klar. Ich find's jetzt auch echt gelb, man kann hier rumdrehen, okay, lieber nicht, sonst ist mir vielleicht noch ein Fehler, das wäre echt schlecht. Au, 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 alter, das Auto ist wieder im Arsch. Es ist echt laut, muss ich lassen, also Musik ist halt dann laut. Alter! Verdammt, was ist denn hier passiert? Geh mal was anderes suchen. Ich suche mir doch mal die Rampe da hinten, die sah ganz geil aus eigentlich. Ich hab die Map jetzt nochmal genommen hier, weil ich sie nicht so oft genommen habe, was ist denn jetzt passiert gerade? Was war ja das denn gerade? Ich hab die bis jetzt nur einmal genommen, also hab ich gedacht, aber ich nehme sie nochmal, warum nicht? so schnell. Wo ist es denn? Nein, ich muss hier gar nicht hin. So, wir haben ja mal ein Ford GT dafür, ich glaub der ist ja für besser geeignet, für so High-Speed-Racing. Oh nein, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin, alter Schwede Scheiße. Arcade-Automatics. So, jetzt kann ich hier nochmal respawnen lassen. Oh, wir sind jetzt mal die Richter, Richter. Richter. Ach so. Au, 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 au. Jetzt hier voller Drehung. Huhu, oh nein. Funktionar nicht, ouch, ouch, ouch. Okay, das funktioniert leider so nicht. Okay, und jetzt ab in die Richtung. Ab hier hoch. Uhh, ist aber ganz schön hoch. Mann, einer hat das schon wieder gemacht. Perfekt, so jetzt. Standbild einfach mit Standgeräuschen. Autsch! Alter Schwede! Da hinten komme ich, also fahr ich in die Richtung. Wihuuu! Fusch! Okay, da ich jetzt hier unbedingt was machen will, und zwar mit meiner Mustang, äh, mit einer B-25 Mitchell fliegen. Gucken, ob ich die abheben kann. Glaube nicht, nein. Oh nein. Oh nein. Böses. Gibt es hier eine Parkingbremse irgendwie, irgendwo? Parkingbremse irgendwo, hier. Ah, das ist die Parkingbremse. Okay, perfekt. Vollspeed. Vollspeed geradeaus. Ne, vielleicht doch noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und jetzt mit Vollspeed. Das kann ich jetzt richtig vorhören zu geben. Oh nein. Nein! Ich konnte nicht mehr abheben, verdammte Scheiße, ne. Verkackt. Shit, Mann. So der Scheiße aber auch. Okay, nochmal Parkingbremse rein. Wenn wir mal jetzt die Richtung rollen. So. Jetzt die Fullspeed. Jetzt wird kaum gucken hier drin, ja. So. Räder einfahren und nach oben. Perfekt. Wir wollen jetzt hier nicht unbedingt in die Richtung. Wir wollen ja in die andere Richtung, ne Freunde? Einmal drehen, bitte. Bitte. So, bitte. Das ist die richtige Richtung. Ich sehe da hinten ein paar Texturen. Ich weiß auch nicht, ob das unsere oder meine sind oder ob das meine sind. Perfekt. Eieiei, bitte, 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 bitte. Irgendwann nochmal landen. Nein. Irgendwann richtig gedrückt auszusehen. So ne Scheiße aber auch. Es ist ne Hochlandung geworden. So ne Kacke aber auch. Nein. Scheiße. Verdammt. Hallo, ich hab doch Ausfahren gesagt. Ich guck, ob die Dinger noch funktionieren. Ich glaub eher nicht, oder? Nein. Nein, 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 nein. Nein. Herr der Gott, das ist nicht mehr. Guck, was der Highspeed von einem Flugzeug ist hier. Das ist echt interessant. 390 320 330 335 345 350 360 Scheiße, ich drücke immer nach unten um zu starten und nicht nach oben. Jetzt drücke ich immer nicht den Joystick-Knopf, sondern den verdammten. Ey, ich drücke mich immer links-rechts, weil das ist eine solche Steuerung. Man macht ja immer mit Gas und Nicht-Gas macht man das ja immer. So, jetzt hier in die Richtung starten. So, dann haben wir eine kurze Drehung. Durch die wenigen Beschönigungskräfte, die auf das Denken wirkten. So, und jetzt Fahrwerk ein und nach oben! Schnell! Jetzt muss ich hier hinten schon gleich drehen jetzt. Ich lasse mein Fahrwerk schon mal raus. Man weiß es ja nie. Autsch, Autsch, Autsch! Okay, Leute, wenn ich die Folge fand, dann drückt das Däumchen nach oben, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von BeamNG Dodge Drive! Und einen traumhaften Tag! Macht's gut! Tschüss und auf Wiedersehen!